Unsere verlorenen Perlen, das sind Bücher der Weltliteratur, die mal sehr bekannt waren, aber von denen Sie vielleicht noch nichts gehört haben. Sie kennen vielleicht den Titel, vielleicht haben Sie eine Verfilmung gesehen, aber das Buch selber noch nicht in Händen gehalten. Solche Bücher stellen wir Ihnen in der Rubrik Verlorene Perlen jeden Tag vor. Und heute geht es um der scharlachrote Buchstabe im Original The Scarlet Letter von Nathaniel Horsthorne geschrieben. Dieses Buch hat sehr viele schöne englische Namen zu bieten. Auch der Autor ist schon relativ schwer auszusprechen und hier können Sie ihn auch gleich persönlich kennenlernen. Horsthorne hat der scharlachrote Buchstabe 1850 verfasst, die Handlung aber 200 Jahre vorher angesiedelt, nämlich in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Ganze spielt sich ab im puritanischen Neuengland in einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Boston. Und da steht Esther Prynne am Pranger, denn sie hat Ehebruch begangen. Während ihr Mann als verschollen gilt, bringt sie ein Kind zur Welt und wird an den Pranger gestellt. Und da sie aber den Vater ihres Kindes nicht preisgeben will, wird sie dazu verdonnert, ab jetzt ein scharlachrotes Ahr auf ihrer Brust zu tragen, auf ihrer Kleidung zu tragen. Deswegen auch der Name des Buches. Und A steht für Adulteress, für den Ehebruch. Und sie bleibt aber standhaft, obwohl sie so gedemütigt wird, gibt sie den Namen des Vaters nicht preis. Es kommt dann der richtige Ehemann zurück namens Roger Chillingworth und er versucht sich nun an dem Vater zu rächen, weiß aber auch noch nicht, an wem er sich in diesem Ort rächen muss. Und irgendwann am Ende kommt es dann raus, dass tatsächlich der Pfarrer, der sie auch an den Pranger gestellt hat, mit ihr das Verhältnis hatte, mit ihr das Kind gezeugt wird. Arthur Demisdale ist also derjenige gewesen. Das Buch ist heute immer noch aktuell und lesenswert, weil die überzogenen Moralvorstellungen, die hier zum Tragen kommen, auch heute noch in Amerika oder auch in kleinen deutschen Ortschaften sicherlich zu finden sind. Das Buch ist 13 Mal bis jetzt verfilmt worden, unter anderem in den 70ern von Wim Wenders. Senta Berger hat die Hauptrolle gespielt und auch in den 90er Jahren stand Demi Moore vor der Kamera. Heute immer noch lesenswert, The Scarlet Letter, der scharlachrote Buchstabe.